Hi, ich bin Luise und arbeite in der Neuen Sächsischen Galerie im Tietz im Herzen von Chemnitz. Bei uns dreht sich alles um Kunst, Kunst und nochmal Kunst. Jährlich haben wir etwa sieben Ausstellungen mit internationalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen zahlreiche Konzerte und Vorträge. Wir pflegen eine städtische Kunstsammlung mit über 12.000 Kunstwerken, die uns auch Inspiration für unsere Kunstvermittlung geben. Alle Infos findet ihr auf unserer Website. Schaut aber am besten mal persönlich bei uns vorbei. Für Studis der TU Chemnitz ist der Eintritt natürlich frei.